naja ist aber jetzt egal weil die nicht ordentlich klinik wird dafür genau deswegen ich spinn das dann rum wenn du das machen willst egal ich habe mich jetzt dran gewöhnt machen wir taubst gegen 8 raupi gegen raupi hier kommen ein raupi stärker schon level 5 tschüss so und da bin ich auch wieder so musste warten bis es ausgequatscht hat eben ja und zu sagen können ich soll das maul halten und der ton immer zum glück ist das in der neuen edition nicht mehr drin einmal und dann war das schon jawohl level 6 ich freue mich erst ja ja ich trainiere es aber auch wenn ein raupi gegen raupi ist dann lasse ich raupi gegen raupi kämpfen raupi braucht noch wie viel man konnte eigentlich gucken status ja da kannst du gucken für die peter aber ich sagte schon einst wenn wir diese edition gespielt haben da spielen wir dann auch durchgehend klar spielen wir die anderen auch was denkst du denn komm mach doch dieses kack taub sie doch jetzt eigentlich kaputt ich glaub's nicht was denkst du denn klar spielen wir die anderen edition auch dann weiß ich wenigstens wieder alles und vor allem das wird ja ein schönes thumbnail gebastelt ich lass das so ich finde das gar nicht so mal die schlecht immer so die thumbnail zu lassen ja ich meine kein thumbling was jemand jetzt oberl der gebastelt ja ich will die spiele direkt ah ich lass mich wieder ich geh wieder zur arbeit machen wir so eins wie ich jetzt hab ja ja das ist aber schon ja ich hab ja dieses standard drin das standard muss ich auch nochmal abändern wenn der orden drin ist auch hier nur aufmachen und speichern hallo tapsi ein ratzfraatz ich könnte taub sie eigentlich auch fangen ja naja ist die überlegung wert weil ich normal für den nächsten gegen misty brauch aber wie lange wollen wir denn so ein speed folgen eigentlich machen dass eine stunde nachher so 10 minuten 15 minuten sind so schnell muss der speed sein dann ist die umrichtung nämlich bei beiden gleich so zwischen 10 und 15 minuten da was ist ja nun passt es auch oder wir sagen zwei stunden ergeben nach 12 minuten oder 15 minuten sowas wäre aber nachher zu schnell glaube ich das glaube ich achtfache geschwindigkeit oder so ja ist auch zu schnell ja dann machen wir sagen wir eine stunde ist gleich so 10 bis 15 minuten ja 10 bis 15 minuten ja doch passt schon ja dann ist das so vielfache geschwindigkeit ja dann kann man auch trainieren in der stunde ja dann kann man auch trainieren in der stunde ja dann kannst du den ton aus oder was die pokémon zu uns rein ja warum kämpfe ich denn mit raub ich idiot man kann glaube ich sogar auch irgendwo die pokémon sich runterladen und einfach kann man ja in den speedrun mit reinschneiden ach ich lass jetzt hier diese ich find gar nicht so geschlecht diese musik hier nein ich mein wenn du den speedrun hast ja speedrun ab nein raubi wurde besiegt scheiße komm mal nio dann trainier ich dich jetzt mal komm schon 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 oh raubi das gibts nicht wie kannst du daneben tu mir das doch nicht an ich muss aber raubi gleich wieder belegen und sonst ist das scheiße ich will nicht trainieren da ich generell immer nur eins nach dem anderen trainieren ja mach ich auch ich mach jetzt mal raubsi fertig und dann geh ich eigentlich direkt in den arenalater klatschen hab grad raubsi gesagt taubsi muss ich noch fangen raubsi verstanden raubsi das ist eine mischung aus ratzfratz und taubsi ein raubsi hieß das nein eine mischung aus raubsi und taubsi raubsi raubsi ich will einen raubsi haben nee ich will nicht wissen wie das die dann aussieht ich auch nicht aber ist ja ein raubsi dann ja ja was ist das denn für ein lied kenn ich da irgendwie ja das irritiert mich immer noch dass man von von lp radio die sounds benutzen kann voll verwunderlich ja ja ähm sorry leute ich mach gleich wer da ich muss ganz krass was machen kacken wenn mich ein hässiger spacken einfach so anstopst ist ja jetzt schon wieder jetzt hat er kein voicemail oben im channel warte 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 der andere spacken kriegt das auch grad keinen mehr ja das wollte ich grad auch machen ja ja ich stifze mich einfach an die beiden Affen bin ich denn jetzt hängen geblieben hier so und jetzt habe ich den boys paul geklaut ja das wollte ich grad auch machen wie hier können sie dich über bitteneinander unterhalten Pech wenn mir so auf die Nerven geht dann mit oh Tony hat es abgehauen ja Lenny auch ja Pech gehabt gut und darf mit einem Talk 1 sind die Gekanten ja wenn man mir da mit auf den Sack geht dann mach ich das so das ist mir egal ja ich geh da mal eben hin frechheit ey was denn ja wir brauchen ja Talk Power und wollt uns nerven ja das sind die Leute im TS ja vor allem grüßt YouTube von mir mhm mhm das ist eigentlich bei dir mit einem Bild aufgetaucht nö wie dann dann ja gar nicht kann ja gar nicht passieren äh doch wenn du monitoraufnahme machst spiel habe ich nicht monitoraufnahme spiel habe ich game aufnahme und gut oder wenn allgemein monitoraufnahme zusätzlich dabei hast habe ich aber nicht gut kann bei mir besonders weil ich das das Bild jetzt direkt reingemacht habe geht ja kann bei mir auch nicht passieren das einzige was ich monitoraufnahme habe ist der Windows der Windows player ja 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 aber den habe ich dann nicht an weil ich die normale Pokémon Musik drin habe würde ich auch machen wenn es ja nicht so verdammt laut wäre das ist es komisch bei mir ist das überhaupt nicht laut ja ich habe ein prozent gemacht ne ja ja kann aber auch vielleicht daran liegen dass es wirklich dieser Immulator ist kann auch in dem Immulator liegen mhm aber ich finde der Immulator ganz gut das ist dafür alles eingestellt dann ist doch auch alles eingestellt weil er bei dir da auch wenn du den genommen hättest ja ich passe jetzt das Bild auch nicht mehr an aber ich hatte den ja normal dementsprechend konfiguriert und alles ein Ratzratz Raubsi ist Scheiße ich sage gerade nichts ich habe schon wieder Raubsi verstanden ach ja und wann machst du das? ich mache jetzt noch den Part fertig und noch einen dann fahre ich ok bei Raubsi ist so schwach gegen Ratzratz ne was Raubsi? Raubsi was denn jetzt wer denn jetzt? Taubsi oder Raubsi? oder Raubi? Raubi du Sack sicher? ja ok ok ich habe mal die Leertagssegel drückt beim Kämpfen dann geht das schneller ja ja mach du mal ok man ich gehe doch noch fehl und gegen Taubsi neckel und Taubsi zieht die Raubsi mehr aber als Raubsi wie Taubsi was denn jetzt Raubsi oder Taubsi? das kriegt sich du mal Sack na zu geil vor allem man hat man tastet und Knöpfe drücken auch noch ja 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 so mal gucken ich habe das nicht aber komischerweise das ist den Kampf nicht als Speed machte ich halt jetzt Leertaste gedrückt Ah ne, warte mal hier, Dieter, das ist es. Doch, jetzt geht's. Schnell. Oh, es hat sich entwickelt. Jawoll. Viel zu schnell. Ja, viel zu schnell. Raupi hat sich entwickelt. Sweet. Und da hab ich genau Speed gemacht. Top. Saftsackkorn. Ah, ich mach mal im Schnellcard.